Hallöchen und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite. Tatsächlich, noch eine Runde Fortnite. Wer hätte das jemals gedacht und ich glaube, das war nicht so clever, hier rauszuspielen. Es sind auch einige andere Spieler, aber... Wie sage ich immer so schön? Einfach rein ins Tümmel und dann einfach mal gucken, was passiert. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Wer was lernen möchte, der muss halt auch gewillt sein. Hier oben rein, hier sieht es cool aus. Was ist das für eine Waffe? Oh, leggy-leck. Leute, oder? Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Das ist anscheinend ja auch eine Waffe. Was ist das? Das ist das stimmt. Aber... Nein, ich möchte nicht so eine Waffe. Okay. Ich muss mich wieder erst arrangieren mit meinen Waffen. Das ist die gleiche, ne? Oh, stumm. Was ist passiert? Wurde ich gescannt? So, wie komme ich jetzt hier runter? Ohne mich zu verletzen. So, okay. Ich gehe jetzt weg hier. Ich glaube, ich habe eine Waffe, mit der ich zurechtkomme. Aber kann mir das jemand erklären, was das für ein Gitternetz war? Wurde ich gescannt? Was bedeutet das? Muss ich dann Angst haben? Oder nicht? Was passiert dort hinten? Ich muss mich ganz schnell um, 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 ist aber schön hier mit der windmühle da war ich auch noch nie wo ist es diese map dass ich hier immer noch was neues entdecke oder ist jemand mit flügeln ich glaube der kann was ich gehe weg die machen die windmühle kaputt wo sei hin ja ich habe es den schaden gemacht ist okay kann ja nicht immer direkt killen ich wusste auch nicht so richtig was ich für eine reichweite habe diesem eis das glaube ich nutt getroppt oder dass das da jetzt bestimmt leute hin da sind schon leute so Sind die jetzt noch dorthin? Da, oder? Ah! Ah! Ich habe keine Ausdauer! Und keine Heilung. Verdammte Axt. Oh! Oh! Sag mal so. Viel einstecken kann ich nicht mehr, ne? Ich bräuchte... Medizin. Aber... ich werde gesehen. Was ich auch sagen kann ist... Ohne Ausdauer ist Mist. Hier hat Frau Talia's oben. Schade. Naja, ich... Ja, war jetzt eine blöde Situation. Ich hatte keine Heilung mehr. Naja, vielleicht läuft es nächste Runde wieder besser. Wir gucken mal. Danke fürs Zuschauen. Und ich habe auf jeden Fall wieder was Neues gelernt, diese Runde. Von daher war es keine verlorene Zeit. Danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal vielleicht mit Fortnite. Macht's gut! Tschüss!